Lounge-Control Er ist doch ganz gut geworden. Ja, einen wunderschönen guten Tag hier, Oskar Blindford. Heute machen wir was ganz cooles und was ganz besonderes und zwar wir testen unsere Cardetailings-Sachen. Vorsicht Kabel, wir haben zwölf glaube ich, warte eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf und die Nummer zwölf. Wir probieren erstmal unseren Felgenreiniger, Shampoo, dann wenden wir das an, das, das ist extra für Textil- und Lederimprämierung, sehr gute Geschichte, würde ich jedem empfehlen, auch wenn jemand vielleicht Schuhe hat oder Jacke hat oder sowas, ja, oder irgendwie so, keine Ahnung, eine Hose, kann man auch anwenden, auf der Hose. Ich habe das jetzt gerade hier drauf gemacht und hier habe ich das nicht drauf gemacht und wenn das gleich getrocknet ist, machen wir den Unterschied, wie es funktioniert, ja, für Schuhe, nicht Schuhe. Ich mache damit alles. Dann machen wir Felgen. Wenn man das zum Beispiel auf die, zuerst die Felgen nass macht und dann das drauf macht, dann ist das Problem, dass mehr als die Hälfte von dem Reinigungszeug quasi abschließt und da hat man die halbe Wirkung. Was mir persönlich ganz wichtig war, dass wir quasi alles hier in Deutschland produzieren, ja, und nicht ins Ausland, also unsere Sachen kommen alle aus Deutschland, die werden hier in Deutschland hergestellt und das ist mir sehr wichtig. Jetzt fängt da zu reagieren, weil wenn man das drauf macht, ist das weiß, also ganz normal wie so ein bisschen wie, schäumt so ein bisschen, ja, hier kann man sehen, guck mal, jetzt bin ich da. Ja, da. Das ist das nicht. Das ist das, das ist, dass wir hier sind. So, so ist es aus, schau mal wie sauber. Was ich empfehlen würde, ich würde die erst mal vorher schön sauber machen oder wenn die neu sind, mit unserer Versiegelung erst mal versiegeln, dann hat man da innen auf diesem Innenbett nicht so viel Dreck, das Dreck ist da, nur natürlich, wenn ich mit einem Dampfstrahl drüber gehe, verschwindet alles, ist natürlich Arbeit, aber ich glaube, das ist für uns als Tuning oder Felgenliebhaber, ist das echt viel wert. Als nächstes werden wir das Auto waschen mit unserem Wash & Shine, die Videos werden wir aufteilen auch, in so separaten Videos, also extra für Autoshampoo, extra für Felgen und so weiter, damit wir da auf unserer Seite www.priordetailing.de quasi so Videos haben, wie man das anwendet, etc. Ja, nur zur Info. Einmal, wo ist mein Eimer? Andere Seite. Andere Seite. Mach ich so, eigentlich so fünf davon, ja. Ein Stück. Mach mal Lappen. So, erstmal Auto draus machen, ne? Hier ist ja umgekehrt, wie bei den Felgen, also hier muss man zuerst nass machen und das Auto von dem ganzen Dreck sauber machen. Schaut mal, hätte ich das Auto damals versiegelt, ja, auch mein Kennzeichen, schaut mal wie es aus, jetzt muss ich alles runterkratzen, ja, geht schwer. Ja, hat man das mit Prägnierzeug drauf gemacht von uns, hat man den ganzen Fliegen so weg. Ich mag eigentlich mehr den Schwamm als so einen Lappen. Ich weiß nicht, warum, aber... So einen normalen Schwamm, meinst du? So einen normalen Schwamm, ich glaube, die sind besser, ja. Autoprofi, Aufbereiter, die würden sagen, oh nee, ich mach das so, ich mach das so. Ja, ist doch nicht schlimm. Jeder macht es anders, ja. Wir machen jetzt gerade keine Aufbereitung, wir waschen das Auto nur. Nur zur Info. Außerdem geht es ja mehr um die Produkte, ne? Es geht um die Produkte, was die können, etc. Damit wir das Auto jetzt abtrocknen, haben wir die originalen, Entschuldigung, die originalen Mikrofasertücher vom Prior Design. Eigentlich braucht man zwei, ja, am besten, ja. Der eine geht schön so vor, weil man sich schon so aufnimmt, ja. Und mit dem anderen eigentlich, jetzt hinterher, schön trocken, dann ist er perfekt. Man kann die natürlich ausdrehen und so weiter, ja, aber ich mach das immer so. Ich hab zwei und dann zeig ich euch schon gleich. Ich mach den quasi erstmal ganz nass. Ich mach so das Grobe mit einem Lappen. Ich mach so viel Wasser auf dem Auto. Weil normalerweise, das würde jetzt abperlen, nur, ähm, wir fahren nicht. Deswegen muss es abtrocknen. Nehmen wir den zweiten. Ich hab mich jetzt mal so ein bisschen von, äh, ein bisschen abgetragen, ne? Guck mal, jetzt. Und schlach. Das ist sofort trocken, ne? So mach ich das immer. Aber, jeder macht's anders. Jeder macht eigene Erfahrungen und so weiter. Guck mal, die Scheiben auch. Mal hier, ne? Zum Beispiel. So mach's. Guck mal her. Mit einem Wisch ist alles wirklich weg. Ey, wenn das gleich regnet, ne? Nachdem ich alles sauber gemacht hab, dann hat sich's gelohnt. Dann gibt es Stress. So. Wie benutze ich den Pell und Schein? Ja? Man muss schütteln, ja? Dann trage ich das auf. Nicht viel, bitte. Jetzt wischt man das einfach nur ab. So langsam verteilen hin und her, bis alles weg ist. Wohin Cookie? Was machst du da? Wollte die Cookie abhauen? Guck mal, boah. Okay, das ist echt gut. Das riecht auch gut, ne? Boah, das riecht natürlich gut. Gibt's das also auch das Parfum? Gott klar. Ich leise dir beide nass, Sascha. Ja. Tack. Ja. Achtung. Ja. So. Ja. Dann hier ist nur mit der Schaum. Ich glaub mir, siehst du, dass es nicht aussieht. so langsam verschwindet oder so sieht es aus haben wir noch was zu testen jetzt testen wir alles hier jetzt ist der beste geil einmal noch den innenraum reiniger jetzt haben wir den innenreiniger ja der innenreiniger wird normalerweise so aufgeklangt auf dem lappen man quasi schön sauber eine fläche alles was so im auto ist kann man damit schön sauber machen dann wenn die farben auch sehr sehr schön das war bei dem holz jetzt ja wenn das leicht trocknet wird ihr sehen auch da sogar selbst wenn das getrocknet ist sieht das echt gut aus und sport macht man auch sport ist garantiert bei unseren produkten ja jetzt einmal diese seite wechseln ich glaube das lässt sich das auch schon so ein bisschen die display sind nicht so ganz ohne sie sind schon leicht zerkratzt ja das passiert mit der zeit aber ja hinter dem lenkrad hast du so ein stück dreckig weiter machen wir mit dem premium glas versiegler das ist unser premium produkt ja sehr klein aber hardcore er gebe ich wirklich wir müssen zuerst die glasflächen vorreinigen das ist sehr wichtig mach nur bis hier eine halbe scheibe warten das ist auch ein schluck nicht zum trinken geeignet machen wir wieder schön hier auf die prior seite dann wissen wir wo wir waren das sieht man nicht wirkt aber so sieht es aus Achtung jetzt diese andere seite aber guck mal hier natürlich ja man sieht es nicht vergleichbar Achtung hier alles weg wirklich man braucht gar keine scheibenbücher mehr und das was unsere hersteller verspricht ja das testen wir natürlich im winter erst mal laut dem hersteller ja ist das so dass die scheiben nicht an einfrieren wenn das klappt das ist eine revolution nie wieder kratzen textil und leder impregnierer ja da kann man damit kann man alles machen wirklich alles auch immer ein t-shirt und so weiter so ausprobieren so ich hab diesen lampen damit impregniert ja und der ist noch neu also hier ist nichts gemacht worden die karina mir das was du erst impregiert oder nicht impregiert nicht nicht impregiert aber hier wasser was passiert das ist unser leder impregiert damit kann man auch eine couch impregieren schuhe alles mögliche ja ich mache damit meine schuhe das ist unser leder impregiert damit kann man auch eine cauch impregieren schuhe alles mögliche dann bleiben die auch viel, viel länger sauber. Kennt ihr das, wenn man die Tür aufmacht und es regnet, dann kommt der ganze Regen rein. Da haben wir meistens die ganzen Seiten hier durch Regen versaut. Oder Regentropfen. Damit pellen die komplett ab. Es gibt keinen Regentropfen. Jetzt machen wir mein T-Shirt. So was? Wenn ich das bin. Von hier so ein bisschen hin und her, ganz langsam laufen lassen. Warte. Nein, unglaublich. Guck mal. Amma. Weg. Trocken. Trocken. Das funktioniert auch. Das funktioniert auch zum Beispiel, der Wally hat ein Restaurant im Heidelberg. Ich würde ihm auch empfehlen, die Tischdecken damit zu machen. Rotwein, nicht Rotwein. Kriegt man nicht ab, machst du weg. Der Test hat funktioniert. Das war es heute von uns hier aus Kamp-Lindford. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020